ein herz erfrischendes moment und herzlich willkommen zurück zu der runde die billige milch habe ich besiegt hand auf kopf heißt der doomfist billige milch und kirschbecher ist auch dabei wie viele deutsche sind wieder da bist du der echte ein hand auf kopf fragt würde ich ja sagen und bei billige milch cheap milk ist ja kein deutscher kirschbecher kirschbecher da würde ich auch ja so ein kirschbecher hast du schon viel eis gegessen so jetzt wo die temperaturen natürlich auf entsprechen sind so richtig in einer in einem eiscafé ja nee das aber wir haben uns schon eine packung eis geholt gehabt und das schlaboriert wir haben jetzt letztens vanille eis und dazu gab frische erdbeeren frische erdbeeren frische erdbeeren wenn wir so einen hofladen um die ecke kosten auch verhältnismäßig wenig und man weiß die sind aus der region ein hoffladen ein hoffladen das war der schlecht wird es etwas sagen never wo ist tracer wo ist tracer oben genji tracer ist hinten wir haben einen heiler oh genji hat mich gekillt eine arme haben wir wow das war jetzt richtig merkwürdig darf ich fragen wie eine zaya sich selbst umbringt mit ihrer bubble bubble dem rechtsliegen wenn sie auf den boden schießt oder auf dem schild schießen um viertel nach sieben kommt jemand der soll hier was kaufen was kaufen tiska hat ein bisschen ausgeboten da kommt so eine kräuterin dann hat sie gesagt ich hoffe du hast eine hose an also nicht die körperin sondern tiska aber ich muss mir noch eine hose anziehen aber eigentlich ist es nicht je länger man arbeitslos ist je länger wird der arbeits jogging hosenradius oder unterhosenradius doch dann bin wir größer geworden erst war es zum kiosk in die ecke und dann ging er ganz ohne hose es kann sein dass ich unsere arna gekillt habe aber ich bin wirklich sicher aber wie hast du mit rakete auf genji geschossen ja und dann ist da die widow haben wir die letzte runde eigentlich verloren äh ja es war auch eine payload map ne ja payloads map stinken die payloads map stinken ja auch nur an der verteidigung ich finde im angriff hin sind die ganz okay widow angehittet ich tue mal was gegen die widow und den genji was du jetzt briggit ne widow gegen widow und brigitte spielen ist doof ich hab ich hab sie und jetzt bin ich ja fast da ich heile mich an der oder nicht oh mein gott meinst du wir kriegen den nächsten punkt noch ich hab noch meine ulti schon seit vier minuten oh mein gott der schuss war so doof die haben einen hitscan die widow stand still und ich schieße daneben das war wieder so immer hallo sagen wenn du wieder ihre vision hast moros drauf warum weil sie dich dann sieht und dann hallo winken dann siehst du sie sie nicht winken wenn es lustig als ob sie darauf achtet dann musst du an der base stehen und das tanze mode machen wenn sie die vision hat hast du mittlerweile fast alles aus den allen events ooooh ja fast ist ein cooles event für dich mir fehlen noch alle wichtige skins aber ich hab nicht mehr genug credits und ich krieg sie eh nicht wo war ich stehen geblieben wo war ich stehen geblieben der ist im medroskin zum beispiel der fehlt mir noch dafür hab ich jetzt pyjamae das urisa ding ist fast low down was hast du dafür das pyjamae hab ich fast also hab ich jetzt auch doch das guglück jama may auch dann die pyjamae fucking push pup pyjama puch da das advantages kommt da genji Ne Nee, der ist runtergesprungen. Er kommt von oben. Was ist denn das für ein Genji? Ich muss mal was anderes spielen hier. Okay, letzte Runde hat sich funktioniert. Da hatte ich nur noch 10 Sekunden. Jetzt werde ich mit D.Va das ganze Ding aufmischen. Da ist wieder. Jetzt sollen wir auch noch ihren EMP. Guck mal, Zaya kann ihre Ulti machen. Zaya macht ihre Ulti. Geheilen den Genji die ganze Zeit. Hand auf Kopf ist gelieft. Da hat eine gehupt. Außen ist sie gerade irgendwie vor Party am Start. Party smart, Junge. Jawohl! Mach was. Ja, ich habe Brüder gemacht. Du hast Genji gemacht. Let's go. Mein Gott, ey. Menschen, die draußen mega unschreien, ey. Snowholtzer 76 ist noch hier. Oh Mann, oh Mann. Warum war denn kein Follower? Wo war denn der? Hauptsache, Doomfist hat die goldene Fist, Alter. Die Wurde war jetzt auch nicht legit, Alter. What the fuck hat die Vision gehabt? Die Wurde war jetzt keine Ahnung, was er hier hat. Warum haben wir denn jetzt einen Bärchen? Also ich glaube, ah, okay, die hat Vision gehabt. Ich weiß nicht, warum er das alles hat. Ich habe so viel Space created. Ich habe auch schon aufgegeben. Wir haben zwei Lieber gehabt. Oder eine. Warum schießt einer auf Genji, wenn der Reflected? Ich habe doch keine Ahnung, was er da hat. Followern immer drin. Ja. Die Widow hat auch Highlight des Spiels, jede Wette. Ich habe nichts gerissen. Ich habe sieben Guild-Kills mit der Silber. Ich habe zehn und habe Gold. Ja. Highlight des Spiels. Billige Milch. Das war da. Ja, da habe ich nicht gesehen, was die Vision hat. Da bin ich auch reingerannt. Wow. Wow. Also von den Kills war Bashin der traurigste. Er hat nämlich nochmal um die Ecke gekonnt. Vor allem Bashing. Sieht sie. Geht zurück. Sieht sie nochmal. Geht nochmal zurück. Wird angeschossen. Und ist tot. Das war... Hey, aber 5000 EP. Easy Game. 5000, ja. Das geht steil. Ich finde das cool mit den XP. Das können die ruhig so lasten. Das macht Spaß. Das animiert mich mittlerweile. Motiviert mich. Das animiert? Was animiert dich denn da so? Ankunft in Dorado. Verziehen Sie Verteidigungsstellung. Ist die neue Steam schon da? Wählen Sie Ihren Helden. Nee. Die Fenster ist... Die Fenster... Nein, ich wollte nicht... What the fuck? Weißt du, wenn man Doppelklickt auf den Helden, pickt man den auch. Wusste ich gar nicht. Asa. Ja, habe ich jetzt ausprobiert. Wusste ich gar nicht. Glaub ich. Oder ich habe es immer unter. Amora habe ich schon so oft gespielt. Ja, eben. Es ist alles so... Ach. Zen habe ich schon echt lange nicht mehr gespielt. Aber der ist echt langweilig. Ich würde jetzt Genji spielen. Aber der wurde ja leider gepickt. Genji. Only one tank. Ich kann doch nicht immer Tanks spielen. Hammond muss ein Tank werden. Ein guter. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Auch, weil ich den nicht kann. Aber es ist cool. Mal öfter mal ein bisschen Auswahl haben. Hier mit den Helden. Honor. Justice. Reinhard, Reinhard, Reinhard. Das wahre Selbst ist ohne Form. So, wie gesagt. Viertel nach Sieg. Wird Zeit für einen neuen Helden. Was sagst du? Zeit für ein neues Spiel. Lizard, sag mal rauf. Sound of Watch 2, Alter. Das glaube ich ja nicht. Ne, ich glaube ich auch nicht. E3. Verfolgst du die E3 eigentlich? Oh nö. Ich kriege auf Twitter immer nur mit, was so released wird. Ja. Das ist Cyberpunk. Ich gucke mir das alles hinterher noch an. Ich verwahr mir das. Ich gucke mir das an. Ich gucke mir das hinterher alles an. In Ruhe, wenn keiner mehr E3-hyped ist. Ich bin hart. Ein Nintendo PK gucke ich mir an. Das ist ja keine PK. Das ist ja einfach nur... Ihr kennt ja schon alles hier. Das gibt's. Das ist ja immer ein Video, was die da machen. Microsoft war sehr gut gestern. Jetzt poltert der Nachbar unten mit den Türen. Gesoffen wieder, Alter. Nö, Fie. Er hat seine Kugeln verloren. Ja. Aber wollte ich eigentlich sein Schild sein. Irgendwie das Bedürfnis hier runter zu springen. Aber ich hab irgendwie die Befürchtung... Es gibt zwei Gründe hier auszuziehen. Bei mir. Scheiß Internet. Und laute Nachbarn. Ich krieg erst mal Scheiß Internet in der neuen Wohnung. Pff. Das ist viel schlechter als hier. Der Download ist ein bisschen besser. Oh, oh. Okay. Nicht. Nein. Nein. Das ist wieder die billige Lüge. Ja. Also ich sag mal... Was hast du denn jetzt für die Türen? Oh, die ist geil. Ja, wie schnell ist denn das? 50 Down, 10 ab. Ankommen gerade nur 35 Down. Ich hätt mir also auch Schlechteres holen können, sagst du. Und das hätte immer noch gereicht. Alles in Dänemark ist besser als hier in Deutschland. Alles in Dänemark. Selbst wenn du hier in Deutschland eine Glasfaser anbindung mit 100, 200 hast, ist Dänemark immer noch besser. Dänemark ist Internet immer ein Grundrecht. Du musst ja drum kämpfen. Das stimmt. Aber der Techniker kommt erst Donnerstag zwischen 7 Uhr, 30 und 16 Uhr. Ach Mann. Ich war... Ich war enttäuscht. Als ich das hörte. Dann hab ich gesagt... Kann man da nicht nachmittags sagen? Nee, wir wissen ja nicht, was der Techniker sonst alles macht. So, man konnte das nicht genauer sagen. Aber ich geh davon aus, dass der Donnerstag kommt. Und dann kommt das Internet. Das wusste ich gar nicht. Das kommt neuerdings aus dem Fernseestick. Ja. Ja, das ist bei den Samedia doch auch so. Ja, keine Ahnung, Mann. Wie kommt das an? Das ist schon normal hier. Ja, das ist es hier auch scheinbar. Aber ich hab ja keinen eigenen Anschluss gehabt, sondern nur so'n Gemeinschaftsanschluss. Ja, das ist aus der Dosen. Ist das schlecht. Ist das schlecht. Wo waren die Maidern? Oh, ich glaube nicht. Ich stehe unter Feuer! Pff. Warum lachst du? Ja, weil die Maidern erst mal ne Eiswand setzt. Ja, weil ich sie erst mal geboxt hab. Gott, Herr. Nice. Da gehst du zum, Mann. Sie ist weg. Nee, die ist halt da. Ah, sie hat sich zurück teleportiert. Und Rüstung obendrauf. Mercy ist halb. Wir können das hier vorne nicht halten. Nicht lange auf jeden Fall. Sonder. Nein. Kommt zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Wir können es doch relativ gut halten. Ja. Jetzt, wo ich die Sombra die ganze Zeit abfacke, geht das. Die hackt mich immer und merkt aber nicht, dass das scheiße ist, weil ich kann ja trotzdem boxen. Guten Tag, Winston. Wir sind mobben gerade. Oh, wie wir sie eiskalt kaputt machen, Mann. Du stirbst gleich. Ja. Ja, bei dich auch. Hast du nicht gesehen, oder? Nein. Oh, Healing. Wir mobben die gerade mega. Der Reinhardt wollte wieder in die Base rein und ich hab ihn einfach von der Tür weggeschubst und hab wie totgeprügelt. Oh, wie Genji das Ding reflektet hat. Sehr gut. Und Rüstung obendrauf. Wenn ich den mobben, sie aber eiskold, ne? Der Kind. Oh, Mayhul. Ah, Mayh hat mich. Ich stand mit in der Mayhul. Ist okay. Wir schaffen das trotzdem. Wir müssen sie eiskalt hier vorne fertig machen. Ich boxe einfach die ganze Zeit mit Linksklick. Oh. Oh nein, jetzt haben sie eine Riese. Oh, der Weg ist so lang. Die haben auch noch zwei Minuten. Jetzt sterbe ich. Okay, jetzt hat die May mich gekriegt. Seid ihr alle down? Ich bin down. Vorne ist nur noch einer. Ich zieh mich ein bisschen zurück. Bashen steht auf der Payload. Nein, du bist... Reeper von hinten. Mach die Mayhul! Oh, sie war so laut. Mach den Bestchen, mach den Bestchen, mach den Bestchen, mach den Bestchen. Wow, Zaya. Nice. Oh, nice. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Wieso tötet unsere Zaya sich denn nicht selbst, Mann? Oh, oh, wo gehst du hin? Ich hab nur die Orizaya gekillt. Okay. May ist noch da? Hm. Hinter dir, hinter dir. Ich dein Ernst. Lach, 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 lach. Ich hab euch noch so viel Schild gegeben, wir gehen. Oh, die haben zu... Oh, Bestchen auf der Payload wieder. Der Bestchen muss weg und May muss weg. Dann haben wir gewonnen. Ich glaub, wir kriegen den Punkt jetzt. Hat unsere Zaya grad ihre Ult gerastet. Mhm. LOL, und Reaper hat für mich gesolo-ultet. Ich zieh mich mal ein bisschen zurück. Jetzt hat der Hanzo gepickt. Ist das dein Ernst? Ich wollt ihn grad picken. Genau in dem Moment wechselt er auf Hanzo. Das tut mir leid, will ich... Halte ich jetzt hier. Haben die nen Doomfluss oder haben wir nen Doomfluss? Ja, wir haben einen. Nice. Nice. So, haben wir aufgefunden hier. Kann ich nicht heilen? Nein, und hab mich gekillt. LOL. Mich auch. Und den auch, ist klar. Ist klar. Oh, wow, und wir haben... Ich hab so viel Space created. Die mussten nur noch Reaper killen. Sheep Milk ist aber ein guter Spieler, der hat nur nie rankt. Man weiß nicht, was für einen Rank der hat. Der ist eigentlich relativ gut. Ich hab schon geguckt, der rankt nie. Das letzte Mal, als der Rank der war Season 4 oder so. Das war schon lange, ja. Und sonst rankt der nie. Als ob der Jungle da reingespampt hat, man. Geil. Wie sind die abgehauen eigentlich? Ja, die sind weggegangen. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, das sind die... Ja, wir gehen lieber. Was war denn das für eine Akte? Sind die... Keine Ahnung, sind die einen Schritt zurückgegangen oder so? 50 Sekunden. May Old. Ich weiß nur nicht wo. Da irgendwo. Wo Junkwit gerade reinhält. Da wo Junkwit. Der kugelt Junkwit. Ich glaub, die schaffen es aber nochmal... Nochmal einmal zu pushen. Einen Push kriegen sie noch hin, ja. Haben wir Ultis? Junkwit und deine. Push kommt jetzt. Ja, sollen sie kommen. Versuchst du für zwei wie geht, aber es geht nicht alles. Ja, ja, ja. Nee, ging nicht, ging nicht, ging nicht. Es sind nur noch die zwei da. Junkwit wird laufend gleich kommen. Jetzt haben wir das Silberle. Nein, sie ist low. Wow. A game changer. Holy shit. Ich dachte, ich wüsste sie noch. Ja, ich habe auch gesehen. Ich habe geguckt, was du gemacht hast. Das war heftig. Highlight des Spiels. Ja, Ricky. Ich habe Silberkills geholt. Ich habe gar keine Medaille mehr. Ich hatte ganz lange Silber. Das war jetzt Brigitte auch nicht so schwer, Silberkills zu holen. Ich habe die ganze Zeit nur verprügelt. Nee, du warst Moira. Ja, am Ende. Das war es auch noch viel einfacher fast. Am Anfang habe ich den mit Brigitte rumgeprügelt. Ja, das war schon der Erfolg. Goro hat eigentlich gesagt, kurze folgen, aber heute mal eine lange. Nee, die erste Runde war acht Minuten. Egal. Haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.